Hallo meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen zurück zu MeteorMess3D. Ja letzte Folge war ein bisschen planlos was angeht wie es denn weitergeht. Und ich muss zugeben ich habe mal kurz im Internet geschaut und mir mal zwei Tipps geholt aber mehr auch nicht. Dass ich hier in diesem Let's Play weiterkomme. Aber nicht in dem alten Spiel, dem Originalspiel. Ich weiß nicht ob das hier auch funktioniert. Und zwar habe ich ja hier schon mit diesem Farbenfärder benutzt. Das sagt aber es geht nicht. Und ich habe immer gedacht muss ich die jetzt mal aufmachen oder was ist denn hier los. Aber okay das soll sie hier auch nicht. Ja im Originalspiel war es so. Man hat gemacht benutze Farbfleck mit Farbentferner. Und das will er hier auch nicht tun. Okay dann mache ich erstmal den anderen Tipp den ich noch gesehen habe. Ich habe hier ein leeres Marmeladenglas. Und dieses leere Marmeladenglas muss ich füllen in diesem Pool. In diesem Poolwasser. Dieses Poolwasser ist ja nicht so ganz sauber. Was tropft denn überhaupt hier? Was hat das? Ich hasse diese Treppe. Diese Treppe. Man kommt so scheiße hoch und runter. Sorry. Ach ist das Aquarium. Was ist das Aquarium? Was ist das Aquarium? Ja ich habe hier nochmal gelesen. Zumindest im alten Spiel war es so, dass du in einige wirklich Sackgassen bekommen kannst. Und dass du dann nicht mehr weiterkommst. Ich war bestimmt in so einer Sackgasse. Ja wenn wir uns wirklich gucken. Äh wirklich öfters abspeichern. Am besten auch mehrere Spielstände machen. Nicht nur immer über...überspeichern. Und mein Benutzer. Bild. Ich drücke. Ich drücke. Bild. Ich habe kein Fleisch mit ihm. Ziehe. Lass mich dir einen Reinscheck geben, wenn ich auf diese Bilde gebe. Ich erinnere mich gerade dran. Ein Bild und ein Wand-Safe. War dieser Wand-Safe bei Edna im Zimmer? So, ich weiß nicht ob es das geht benutzen. Marmeladenglas mit Wasser. Ja, das hat funktioniert. Radioaktives Wasser. Radioaktives Wasser. Was macht radioaktives Wasser? Was entsteht? Mutationen. Hm, da fällt mir gerade was ein. Was kann ich hier mutieren lassen? Warte mal, ging das auch benutzen? Okay, man kann auch Wasser aufdrehen. Ich lass einfach mal den Wasserhallen laufen. Ja, diese langen Wege. Ist halt wirklich original. Das alte Spiel, da muss es auch immer viel laufen. Ich weiß, in den neueren Adventures, da konntest du dann immer Doppelklick machen, dann sind die gerannt. Aber hier kannst du Doppelklick machen, wie du willst. Da geht nichts. So. Wieder da. Äh. Ich verstehe manchmal nicht diese, wie da rumläuft. So. Benutzen. Mit Pflanzen. Schön Plum gießen. Wauauauauauauauau. Looks sturdy enough to climb. Ich könnte eigentlich hochklettern. Aber es geht nicht. Wer will schön an so einer Pflanze hochklettern? Okay, ich habe nur drei Tricks gesucht. Okay, jetzt ist er euch. Kein Hoch. Wir haben endlich einen neuen Raum gefunden. Schau an. Okay, 10 Cent einwerfen. Ich habe aber habe ich das Geld schon? Ich habe 40 Cent. Sieht so aus. Galileo's Weddream. Was? Galileo's Weddream. Galios feuchter Traum. Benutzer. Okay, das Problem ist, ich muss jetzt hier Geld einwerfen. Nothing happened. Und das geht nur, indem ich hier Geld einwerfe. Deswegen werde ich erst mal speichern. Weil man kann hier auch sein Geld verschwenden. Ich mache es mal nach links. Also, das geht nicht. Ich mache es mal. Das geht nicht. 10 Cent It won't rotate further in that direction Alter That's me Ich hab 10 Cent verschwindet Ja, deswegen hab ich ja gesagt Nothing happened Ich tu das ganze nochmal abspeichern Ich möchte gern das Geld behalten Galileo's Weddream Oh, hier ist Green Tentakel, steht am Fenster Meinen letzten 10 Cent, oder was? Okay Schauen wir mal Ja Dieses Gemälde Muss ich beiseite geben Beiseite machen, glaube ich Also, ich hab hier alles verschwendet Ich tu nochmal den Spielstand laden Benutze Knopf Benutze Zack So, jetzt hab ich auch Geld gespart Ich wäre mal interessiert, ob man noch weiter drehen kann Deswegen tu ich jetzt nochmal speichern Nur um das mal auszufinden It won't rotate further in that direction Genau, und schon hat man wieder was verschwendet Aber es steht, dass man so schnell laden kann Man muss ein bisschen tricksen, ne? So, was ist das von der Karte hier? It shows the trajectory of a meteorite impacting Earth So, kann man ja sonst dreien was machen Ne Das heißt, ich muss Zer Etna wieder ins Zimmer Kind of reminds me of my dorm Aber wie krieg ich den Farbfleck weg? Ich hab doch Farbentferner I'd better not let this go to waste Gib Farbentferner einen Fleck Geh dich Öffne Paint stains tend to defy being opened Drücke Drücke Ja, ich habe etwas Aber du nimmst es ja nicht Ich kann nicht die Farbentferner mit meinen Händen Warte mal drücke 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 Farbentferner ziehe Farbentferner öffne Es kann nicht öffnen Lässt dich nicht öffnen Ja, ich verstehe das nicht Oder kann ich benutze Klares Marmeladenglas mit Farbentferner? Nein, ich kann sie nicht kombinieren Ich muss doch Farbentferner aus Ich kann es nicht benutzen Ja, ich kann es nicht benutzen Warte mal, vielleicht Ich krieg es der aus auf der Reihe Es war das falsche, was ich gegeben habe Gib mal das Glas zurück So, gebe Farbentferner an Gut Kamin Kann man auch etwas benutzen Mit dem Kamin? Ich kann es nicht benutzen Benutzer Ich kann es nicht benutzen Ja, lass uns nochmal schnappen Aber ich gehe Den kürzeren Weg Ich habe noch Parfum gefunden In dem Zimmer Ich habe noch Parfum gefunden In dem Zimmer Ich gehe mal hier in das Zimmer Das ist der Weg kürzer dann Ja, fünf, sechs Ich muss ein bisschen die Zeit zählen Wenn er dann Wenn er dann Reinkommt Wenn er dann Können wir mal rein Oh, ein unbekanter Besitzer Ich habe dich Okay Die ist halt die Zeit gestört Dass die hier runtergehen Ja, jetzt geht es wieder los Fred 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 Fred, wo bist du? Fred Fred, wo bist du denn? Why is that man never around When you need him? Oh, when I need him So, schnell zu Dave wechseln Er hat halt wenig Zeit, ne? In diesem War das überhaupt das richtige Zimmer? Nimm I don't foresee a need to cloak myself in Edna's scent Hier ist halt nichts Ja, der Zimmer ist nichts Ah, warte mal Das Bild I can't pull it Öffner Bild Alles klar It's far too small to read Those numbers didn't work Okay Folgendes Dann muss ich wieder aus dem Glast hochgehen It leads back down to Edna's bedroom Ja Oh, ein Un- Ah Aber der Weg war richtig How silly of me Oh, I should have tied you to my bed Ich muss jetzt zurück Ich muss jetzt zurück Ich muss ja wieder mit allen Zweien hoch Alter Lass mich erst mal die Tür öffnen Hmm What? So Ja, ich muss mal mit dem hoch Dann gehen wir wieder mit dem hoch Da muss ich vorher ins Fenster Äh, ins Fenster Äh, ins Fenster Das Wandlas gucken Zu diesem Gemälde Und dann Kriege ich auch Kriege ich auch Äh, das, äh Die, äh Den Code Den Code Ich hab mir ja einen Code aufgeschrieben Aber das ist wahrscheinlich von was anderem Weiß nicht genau Ich hab ja schon eine vierstellige Zahl Von irgendwo herbekommen Genau Genau Weiß ich auch nicht mehr, woher das war Jetzt gehen wir mal in den Teleskop Raum Was ist? Es dreht sich nicht weiter Was ist denn das? Das geht gar nicht weg Das lese ich jetzt erst Da ist du ein kleiner Pack Ja gut, äh, damit kann ich leben Öp Wahlzeit So, benutze den es Kug Und dann schreibe ich mal die Zahl auf Eigentlich müssten wir es auch lesen können Ja, 1904 aber recht gehört diese zahl ja auch gar nicht zu diesem safe also ist ein einzelner 1904 erst wenn ich wo die andere zahl ist das ist aus der tüche das kann ich eigentlich gleich noch mal gucken nicht dass sie sich irgendwie aus irgendeinem grund geändert hat gehe ich noch mal zu mir ist der ex-cousin so öffne durchfahren guten morgen benutze hahn benutze so was steht dort 7537 ok ok das wasser lassen wir auch laufen noch mal richtige wasserverschwendung so gehen wir mal das zimmer hier und müssen jetzt wieder den ganzen weg mit zit hochgehen ja dann lassen wir uns wieder gefangen nehmen dann regt die sich wieder an warum ist die tür auf es ist halt ein adventure wo es nicht einen bestimmten weg gibt ja meistens spieler sind ja so kannst du das machen das war auch rätseln aber irgendwann kommst du ans ziel ja ganz sein du kommst niemals ans ziel wenn du irgendwas verkehrt gemacht hast ich habe dich nicht aufgeregt ich habe dich nicht aufgeregt oh ja doch doch jetzt fred 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 heißt fred das ist aber interessant dass die im verließ sozusagen stroh liegt ne warum liegt hier stroh wenn man sich verklickt und etwas macht da kommt die dann rein die alte schrappenhalle so benutze ein versiegelter umschlag was ist da wohl drin das erfahrt ihr wenn ihr den kanal abonniert würde mich freuen und natürlich in der nächsten folge erfahrt was ist in diesem briefumschlag drin ist überhaupt was gutes drin und ja also vielen dank fürs angucken bis zum nächsten mal tschüss musik Untertitelung des ZDF, 2020